Wie angekündigt hier nun auch mein Ausbeute-Video zu den geheimnisvollen, mysteriösen Stallmeißen. Ich bin auch schon sehr gespannt, was ich denn da ergatten werde. Es sind ja zum einen die 4 aus dem Informeram Adventskalender plus auch noch 4 aus dem Weihnachtsevent 2014. Da gab es ja auch erst Belohnung, 4 abzuräumen. Das bedeutet, mal kurz Taschenrechner rauszucken, die müssen 18. Ja, nämlich auch immer Stallmeister, die ich also hier nun gemeinsam mit euch quasi ernste und bin gespannt, was da rauskommen wird, beziehungsweise öffne. Die hat ein bisschen komisch. Wer auch immer. Schatten wir mit Nummer 1 beziehungsweise der hierher ist der Rätselstall Dämmerung und die heißt einfach geheimnisvoller Stallmeister. Ja, wie immer. Also hoffe ich mir, ich muss sagen, Neueste ist ja die Wohlfschöle, da habe ich ja sogar zwei auf 100 Nebenfarm. Das letzte Mal gekriegt. Oh, ein Storch. Das ist auch nicht schlecht. Sehr, sehr nice. Schön wäre auch. Rote Upgrades, pinke Upgrades. Wenn es durch der Oberhammer oder Higelstall würde ich mich auch freuen. Mal schauen, was alles mit dabei sein wird. Stallmeister 2 ist ein Adler. Aber für sich auch nicht so schlecht, solange nicht unbedingt ein paar gelbe oder rote Upgrades, die brauche ich nicht so unbedingt. Sonderstelle sind immer nice, auch wenn ich andere, den schon den ein oder anderen haben, muss ich sagen. Wie immer. Stall Nummer 3 ist ein... Jawoll! Ein rotes Upgrade und zwar vom Fischteich. Ha, so dat. Freut mich sehr hier. Rot und pinke Upgrades ließen gern gesehen. Können, kann gerne noch der Teil oder andere mehr kommen hier. Hab ich nichts dagegen. Stall 4. Ha, wieder ein rotes Upgrade. Und dieses Mal vom Straußenstall hab ich auch noch nicht. Fisch, da ich, ähm, 3-Rot, glaube ich, hatte ich mal einen. Den habe ich dann am Gift und Trade vertauscht. Jetzt habe ich wieder einen. Dann ist er so nice. Und Straußenstall, 3-Rot, hab ich auch noch nicht. So kann es weitergehen. Das ist jetzt richtig, richtig nice. Der fünfte. Das kommt ein gelber. Rot und rutschert. Wieder ein Sonderstall, ein Katzenstall. Katzenstall, Katzen an für sich. Subtio. Auch wenn ich schon in einer oder anderen Katzenstall habe, ich wahrscheinlich nicht, er sieht, oder so. Also es ist nicht. Aber dennoch, freut mich, der drüben muss natürlich sagen. Stallmeister Nummer 1, 6. Wird ein... Ha, wieder ein rotes Upgrade. Nachfahrt, diese Leute los, er. Und das alle pinke werden hier, lauter pinke Abgriffe. Oh, das hat wir noch schon. Aber da will ich mich nicht beschweren. Rot ist auch schon sehr, sehr gut. Und wieder etwas anderes, als auch sehr variantenreicher. Ein Viertelstall, 3-Rot. Hab die ich auch schon mal. Wie habe ich dann auch irgendwann mal am Gift und Trade vertauscht? Wahrscheinlich für Katz-Dies. Wahrscheinlich. Jetzt habe ich wieder einen. Sehr, sehr nice. So, jetzt sind wir auch schon wieder beim vorletzten Land gelangt. Das geht immer so schnell. Vollester, geheimnisvolle Stallmeister. Bringt mir... Irgendwann, irgendwann muss da kommen, hier. Orange? Joa, brauche ich nicht. Ja, so. Wer ihn haben möchte, und geschenkt, den würde ich auch gerne mal Gift und Trade verschenken. Also orange. Rot, sehr gut, pink, noch viel besser. Orange, brauche ich nicht unbedingt. Der würde wahrscheinlich im Inventar dann auch verrotten. Was werden haben möchte, schreibt es in die Comments, in würde ich auch mal Gift und Trade dann verschenken. Wenn ihr mich an Gift und Trade erinnert, dann schicke ich hier noch raus. Erstmal mir anscheinend. Ich will immer untersehen, wird es auch schon wieder beim letzten Stall angelangt. Es geht immer so schnell, was ist der letzte Jahr? Wirds ein. Es wäre so typisch, wenn sie dann... Ne. Ich wollte sagen, es wäre typisch, wenn sie ein gelbes Abrams wäre. Es ist nur Rundschiss geworden. Ja, dennoch unter den Strichen würde sagen, sind alle geschenkt. Richtig genial. Mit Ausnahme der letzten zwei. Tolle Stelle eigentlich muss man wirklich sagen. Besonders noch die drei Rote, das freut mich schon. Storch ist auch sehr, sehr nice. Adler habe ich schon leider an Katze. Sowieso tolles Tierchen. Ich kann mich nicht beschweren. Bin sehr, sehr happy, muss ich sagen. Wie soll es? Sieht es denn bei euch aus? Bei eurer Ausbeute von den Stallmeistern schreibt es auch gerne hier in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall auch sehr interessieren. Von daher warst du es mit diesem Video und von daher bis morgen, dann denke ich, ja.